Puh, schade wir müssen uns da mal... ah 80 Sekunden, ok das wars. Da kann man schon mal Good H aufschreiben. Oder auch nicht. Wie kann man denn hier schreiben? Good H auf. Das wird nichts mehr. Ja so ein Blind Shot trifft aber wenn ich versuche zu zielen und gegen die Lampe, das wird nichts. Ok. Mercenary, das wird eine spannende Runde, die sind gut. Vor allem dieser Papamisters. Level 41, Alter. Leck mir doch die Eier. Ok. Oh, da lief da. Na gut, der hat jetzt eh eh nicht so viel. Muss man irgendwo ein paar Minen entpflanzen? Oh, da kommt gleich wieder der nächste, sehr gut. Ob das funktioniert. Na, wo seid ihr? 100 Bro, dass die erstmal auf B was versuchen. Oh. Oh. Na, kommt raus. Ok, da hat schon mal jemanden. Wo ist der andere? Oh, da lief gleich wieder. Oh, der das zerstört, also ist er auf A. Aha, genau. Okay. Wo bist du? Zeig dich. Jetzt weiß ich gar nicht, ob der dort an die Ecke kann. Alter, wo ist der? Echt gut versteckt. Gibt's hier wieder so'n... ...Ninja Spot oder was? Was? Ok, er hat einen oben. Na, wäre schleichtend, oder? Vergiss! Ok, das schaffen sie nicht mehr, da gehe ich schon mal wieder in Richtung B. Das bauen sie gleich. Na, kommt. Gehen sie hinten raus. Boah, ich hab den ins Leben gerettet. Da bedankt er sich sogar. Sehr gut. Hier läuft jemand. Seltsam. Der ist rechts. Die Sound-Engine ist ja echt ziemlich gut. Man kann ja sehr gut orten, wo die Gegner sind. Wie viele sind's? Zwei, ja. Sag mal, hab ich Stöckelschuhe oder was, ey? Schon wieder neben mir? Hä? Unten wahrscheinlich. Hier läuft jemand rechts. Boah. Alter, erschreck mich nicht, du Hund. Na, komm doch runter. Boah.